Wir suchten einen Präsident, sechs Kandidaten kamen grennt. Auch eine Frau, die musste wählbar sein. O Verlugner von der Bellen, niemand wollt an Kasperl wählen. Die Grieß, der Kohl, der Hunstorfer, na Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Stikwahl kam und völlig klar, die erste doch nur Übung war. Das Land so führungslos, im Chaos versank. Und Grundauspekt. Die Schlammschlachten, die haben ein End. Die Ruhler Schützen kamen grennt. Unendlich haben wir wieder am Präsident, ja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. 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 Vielen Dank.